Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich werde mir wohl noch einige Bewerber anhören müssen Hm, ich frage mich, ob ich hier jemanden finde, der eine Swingband leiten kann Wie ist es mit Ihnen? Können Sie swingen? Wer? Ich? Ist diese mit dieser Stimme, Gettys? Nein, nein! Wie ist es mit Ihnen? Mein Vater ist ein Dummkopf und ich stamme von ihm ab Nein, dich kann ich auch nicht brauchen Könnt ihr zwei eine Band leiten? Ich bin ready! Ich bin Teddy! Hey! Hey! Good evening, friends! Nein, 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 nein! Nein, es tut mir leid Ich suche jemanden, der heute Abend eine Swingband dirigieren kann Ach, so ein Einfall Ach, wie komme ich nur aus dieser verzwickten Lage heraus? Wie kann ich den Swingtänzern nur helfen? Das soll ein sensationeller Abend für Sie werden Ach, wenn mir nur etwas einfallen würde Warum gibt es denn niemanden, der richtig swingen kann? Oh, wer ist das? Die hat genau das, was ich suche Sie ist ja fantastisch Sie sind das, was ich brauche Was haben Sie bisher getan außer Putzen? Sie sollen nicht mehr schrubben Los, schnell, schnell, kommen Sie! Hallo? Verbinden Sie mich bitte mit dem Rektor der Universität Hallo, Chef, hier ist Betty Ich habe eben das richtige Mädchen für die Swingband gefunden Die heute Abend spielen soll Ja, ja, ich weiß, dass Ihnen die charmante Swingerin und Sängerin der Songs gefallen wird Ich stelle Ihnen vor Die zauberhafte, hochbegabte und einmalige Sally Swing Fang an, okay? Oh, bring along that jam And look at little Sally Swing Sally, oh Sally, oh Swing Don't wanna mosey around with Mozart He wrote a symphonie so hot I want my music and my biscuits hot Wait a minute, gooo I wanna lead a band and sing Snink, kur, kur Oh, dilly, oh dally, oh sally, oh swig it, swing it A lovely da 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 da, cha-da ta, da da ta, da ta, cha-da ta Swing Thank you Das ist spitze Sally, hast du dich einen Glückwunsch? Ja, schau da, hallo Das war's. Die Suppe ist kalt. Halt! Hört mit dem Krach auf! Versteht ihr nicht, was ich euch sage? Ich kann diesen Umzug nicht ertragen! Aufhören! Ich bin der Rektor! Sofort aufhören! Das verstößt gegen meine Kurschriften! Aufhören! Sie verlassen die Universität! Sie werden sofort mit dem Geschrei aufhören! Ich verbitte mir den grässlichen Lärm! Oh, was ist denn das? Das ist der Drei! Oh, Drei! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja!